Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier das legendäre Schlachtschiff der britischen Nation, Conqueror Air am Start. Das R im Namen steht übrigens für Mietschiff, beziehungsweise auf Englisch Rental. Für alle, die sich vielleicht gefragt haben, wofür das Air denn steht. Und wir schauen uns natürlich die ganzen Module an, die wir hier verwenden. Wir schauen uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte, vergleichen diese mit anderen Schiffen auf der Stufe. Dann gibt es natürlich noch die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch hier mal direkt bei den Modulen an. Dort nutzen wir im ersten Slot Zielsystem Mod 1, im zweiten Slot das Schadensbegrenzungssystem Mod 2. Im dritten Slot haben wir hier wenigstens mal eine Auswahlmöglichkeit. Und wir nutzen hier auf jeden Fall das Tarnungssystem Mod 1, was natürlich mega ist. Und im letzten Slot nutzen wir einmal Hopp-Batterie Mod 3, um einfach die Ladezeit weiter zu reduzieren. Und schon mal eine kleine Vorwarnung vorweg. Die Conqueror ist hier wirklich ein richtiger HE-Spucker. Sehr, sehr lästiger Gegner auf jeden Fall. Schon mal vorgemerkt. Und hier schauen wir uns schon mal an die permanente Tarnung, welche aktuell noch nicht im Spiel ist. Aber man kann sie hier schon mal angucken, wie diese denn aussehen würde. Wie gesagt, aktuell noch nicht im Spiel. Und man kann auch aktuell noch keine permanente Tarnung für dieses Schiff erstellen. Weil am Ende dieses Updates wird das Schiff natürlich wieder aus dem Hafen permanent verschwinden. Und irgendwann hoffentlich mal wiederkommen, wo wir das dann natürlich dann wieder neu freispielen und freischalten müssen. Dann kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien. Dort haben wir ganz normal Schadensbegrenzung 1 mit unendlich Aufladungen. Als zweites haben wir die Reparaturmannschaft 1. Und diese hat es wirklich in sich mit 2 Aufladungen, welche über 20 Sekunden je 1.193 Trefferpunkte wiederherstellen kann. Das ist pro Reparaturmannschaft 23.860 Leben. Was natürlich richtig brutal ist. Und zu guter Letzt haben wir noch die verbesserte Sekundärgenauigkeit mit 2 Aufladungen. Dann kommen wir zu den Werten. Dort haben wir bei Überleben 91 Punkte. Trefferpunkte sind 74.600, was relativ wenig ist für die Stufe. Aber wie wir eben schon erfahren haben, haben wir natürlich diesen hammermäßigen Heal- bzw. Reparaturmannschaft am Start. Wo wir natürlich einiges wieder von den Trefferpunkten wiederherstellen können. Was natürlich mega ist. Panzerung sind 19 bis 416 Millimeter. Und dort schauen wir uns natürlich auch die Panzerungsanordnung passend zu an. Als erstes haben wir jetzt hier die Vorder- und Hinterschiffspanzerung. Zeckpanzerung, verschiedene Werte am Start in Millimetern. Bugpanzerung natürlich interessant. 32 Millimeter Eckpanzerung vom Bug auch. Sehr schön, dass wir hier die ganzen Werte jetzt genau sehen können auf jeden Fall. Dann haben wir hier den Torpedoschutz. Seitenpanzerung und den Panzerungsgürtel. Dann natürlich noch die Aufbauten. Die verschiedenen Werte. Dann haben wir hier noch das Casemate. Querab, Panzergürtel, das Deck und nochmal das Querab. Dann haben wir hier noch die Hauptgeschützpanzerung, die natürlich nicht so wirklich interessant ist. Und zu guter Letzt natürlich die Zitadelle, die hier auch, ja, sieht so aus, als wenn sie auf jeden Fall minimal unter dem Wasser ist hier bei der Conqueror. Sehr, sehr schön. Und hier nochmal die verschiedenen Werte in Millimeter. Dann haben wir noch die Torpedoschadensverregung. 28 Prozent, was ja nicht so wirklich berauschend ist. Weiter geht es mit der Artillerie. Dort haben wir 89 Punkte Hauptbatterie, 4x3, 419 Millimeter Geschütze. Mit der Feuerreichweite von 17,4 Kilometer. Diese Werte, die vergleiche ich natürlich mit den anderen legendären Schiffen. Und da gibt es halt noch nicht viele Schlachtschiffe. Großer Kurfürst und Yamato. Aber von der Reichweite hier, 17,4 Kilometer, ist es auf jeden Fall im Durchschnitt von diesen Schiffen. Nachladezeit sind 30 Sekunden, was ja auch mehr oder weniger minimal schlechter ist wie der Durchschnitt. Dauer für die 180 Grad Kehre sind 45 Sekunden, was ja schon relativ langsam oder sehr langsam ist auf jeden Fall für die Stufe. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 7200 mit einer 48% Brandwahrscheinlichkeit. Und das ist halt eine richtig, richtig krasse HE-Munition, die wir hier beim Conqueror haben. Also dieses Schiff wird auch zu den meisten Fällen wirklich mit der HE-Munition gespielt. Einfach als HE-Spammer ist halt sehr, sehr unangenehm gegen dieses Schiff zu spielen. Weil es wirklich mit jeder Salve meistens ein, zwei Feuer macht und dann wirklich auch richtig noch Schaden obendrauf. Auch der AP-Granatenhöchstschaden von 13.000 ist nicht ganz so übel. Aber die Stärke auf jeden Fall beim Schiff hier bei der HE-Munition. AP wahrscheinlich wirklich nur gegen Breitseitenziele, die man wirklich sicher treffen kann. Und dann haben wir noch bei der Sekundärbewaffnung 8x234 Millimeter Geschütze mit einer Feuerreichweite von 5 Kilometern, einer Ladezeit von 6,7 Sekunden. Und die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 1900 bei einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Dann kommen wir zur Manövierbarkeit. Dort haben wir 39 Punkte und die Höchstgeschwindigkeit sind 29,5 Knoten, was okay ist. Ist ausbaufähig, aber in Ordnung. Wendekreis, Radius sind 940 Meter für die Stufe. Yamato zum Beispiel hat 900 Meter, so ein bisschen schlechter wie die Yamato. Aber auf jeden Fall besser wie der große Kurfürst als Vergleich. Ruderstellzeit sind 17,3 Sekunden, was auch in Ordnung ist. Nicht das Beste, beziehungsweise es ist sogar das Beste von den drei legendären Schlachtschiffen. Aber sicherlich dennoch ausbaufähig. Und dann kommen wir noch zur Tarnung. Dort haben wir Erkennbarkeit zu Wasser 15,6 Kilometer, was auf jeden Fall ein super Tarnwert ist für die Stufe. Erkennbarkeit zu Luft 12,5 Kilometer, auch ein super Tarnwert. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite sind 2 Kilometer, was ja ganz normal ist. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 15,5 Kilometer, was ja soweit okay ist, aber nichts Besonderes. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Azulane Kapitän Nelson mit der Basisfähigkeit wie ein Fels, verringert den erlittenen Schaden ihres Schlachtschiffs. Und geskillt haben wir einmal Flambierter Kanonier, erhöht die Reichweite und Granatengruppierung ihres Schlachtschiffs. Erhöht aber für jeden Schiffstyp die Chance Feuer zu fangen. In der zweiten Reihe nutzen wir hier den Spezialskill von diesem Kapitän Big 7, erhöht den Hop-Batterieschaden ihres Schlachtschiffs auf Kosten einer reduzierten Durchschlagskraft. Dies erhöht hier nochmal unseren HE-Schaden, der wie ich schon erwähnt habe ziemlich stark ist. Dann nutzen wir in der dritten Reihe den Feuerwehrmann, verringert das Risiko eines Brandes und reduziert die Maximalzahl an Bränden auf 3. Verringert gleichzeitig die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams, aber auch dessen Wirkungsdauer. Alternativ könnte man hier auf jeden Fall auch Treffsicherheit nehmen, um einfach bessere Streuung zu gelangen. Wobei, wenn man dieses Schiff wirklich hauptsächlich mit HE spielt, ist eine bessere Streuung gar nicht immer so gut. Weil man halt einfach durch eine schlechtere Streuung natürlich höhere Chancen hat, mehrere Bereiche von einem Schiff zu treffen und dann mehrere Brände zu legen. Als viertes nutzen wir den Mechanikermeister, erhöht die Menge an Trefferpunkten, die durch das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft wiederhergestellt wird. Verkürzt seine Ladezeit und fügt weitere Ladungen hinzu, was natürlich auch mega ist. Wir haben ja wirklich eine richtig starke Reparaturmannschaft bei diesem Schiff. Dadurch kriegen wir jetzt nochmal zwei weitere Aufladungen dazu. Und als legendären Skill nutzen wir Feuer mit Feuer bekämpfen, reduziert den Schaden durch Brände und entfernt bei drei gleichzeitig auftretenden Bränden auf ihren Schiff die Schäden über Zeit. Dieser Effekt kann nur bei aktiver Abklingzeit ihres Schadensbegrenzungsteams aktiviert werden. Und bei den Inspirationen haben wir uns entschieden, wirklich die Ladezeit runterzudrücken und nutzen dort den Paolo DiRevel, welcher die Hauptbatterie Ladezeit reduziert. Und zusätzlich auch nochmal den Charles Madden, welcher auch die Ladezeit reduziert und zusätzlich noch die Hauptbatterie Drehgeschwindigkeit etwas erhöht. Und alternativ ist der Lev Geller auf jeden Fall auch eine ganz solide Basisfähigkeit hier, um auf jeden Fall die Sprengranaten nochmal vom Schaden her ein bisschen zu buffen. Oder auch der Mikael Kettroff, der die Drehgeschwindigkeit der Geschütze verbessert, ist auch keine schlechte Wahl. Alternativ für die von euch, den Azulein Kapitän nicht haben, können hier alternativ Andrew Cunningham mit dieser Skillung verwenden. So würde ich wahrscheinlich stattdessen spielen. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht auf der Karte der Atlantik hier. Im Gegnerteam auch schon Conqueror hier am Start. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Dieses Schiff spielt man übrigens eher so auf mittlerer oder höherer Reichweite. Also ist auf jeden Fall kein Schiff wirklich, um nach vorne zu fahren. Ist halt auch in der Breitseite doch relativ anfällig. Allgemein frisst halt auch gut Schaden. Dementsprechend versuchen wir hier wirklich auf mittlerer, zentraler Position zu bleiben. Und ja, HE ist geladen. Schauen wir mal, was in dieser Runde so schönes geht. Wir richten unsere Geschütze schon mal ein bisschen nach rechts aus. Alaska ist gerade noch nicht anwesend. Können wir davor vorbeifahren. Großer Kurfürst hier. Alaska ist jetzt auch da. Dort haben wir schon mal eine feindliche Conqueror entdeckt. Na, geht jetzt hier wieder zu. Kurfürst. Die erste Salve ist schon mal draußen. Direkt hier 10.000er Salve. Und ein Feuer gemacht. Hat noch nicht das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Wir haben jetzt hier auch schon ein Feuer kassiert. Schließen dadurch jetzt mal auf die Conqueror. Ah, jetzt hat er genutzt das Schadensbegrenzungsteam. Die Kurfürst. Wir treffen jetzt hier auf die Conqueror für 8.000 inklusive Feuer. Müssen ein bisschen aufpassen. Dass wir dort nicht Breitseite zu viel in die Mitte zeigen. Großer Kurfürst hat jetzt hier schon mal ein permanentes Feuer. Leider nicht von uns. Feindlicher Zerstörer ist auch im B-Cap drin. Jetzt haben wir aber noch ein permanentes Feuer. Auf den großen Kurfürst gemacht. Sehr schön. Da haben wir die Yamato. Großer Kurfürst ist natürlich sehr, sehr aggressiv hier. Oh, Yamato wird jetzt hier gleich vom... Ah, wird nicht vom Torpedo getroffen. Dort sind Torpedos im Wasser. Und der Akizuki. Treffen jetzt hier auch die Yamato noch für ein Feuer. Und wir kriegen sogar hier das erste Blut auf. Die große Kurfürst auf der rechten Seite. Dort hatten wir ja ein permanentes Feuer drauf gehabt. Großer Kurfürst wurde jetzt hier richtig hart getroffen. Nicht von uns. Sehr schön. Aber ein Brand. Auf den großen Kurfürst gelegt. Ihr seht schon, also HE wirklich ultra, ultra effektiv und wirklich absolut kein angenehmes Schiff gegen zu spielen. Dann haben wir das nächste permanente Feuer gegen den großen Kurfürst. 100.000 Schaden jetzt in 4 Minuten gleich schon geknackt. Problemlos. Nutzen jetzt auch unsere erste Reparatur Mannschaft mal. Mal schöner Treffer hier. Den großen Kurfürst. Brennt hier immer noch. Kringen eventuell jetzt hier den nächsten Kill. Jupp. Frage ist, können wir jetzt hier... Ich weiß nicht, ob wir dort den Zerstörer treffen. Leider haben wir halt unseren Zerstörer verloren, was halt nicht so geil ist. Nein, leider rückwärts gefahren, der Kollege. Standstifter kriegt hier die feindliche Conqueror. Und dort auch die nächste Conqueror, die in die Mitte reinfährt. Gar nicht optimal geaimt hier von uns. Dennoch ein Feuer bekommen. Sehr schön. Der Kollege fährt rückwärts. Azuma. So, Conqueror brennt hier noch fleißig auf jeden Fall. Annichter bekommen wir jetzt hier auch schon. Also 60.000 Brandschaden gemacht in der Runde. 1000 Schaden hier gegen die Azuma. Haben leider eine Azuma in unserem Team verloren. Ah, knappes Gefecht, ja. Definitiv. Sehr schön. Permanente Feuer hier gegen die Conqueror rausgeholt. Müsste zumindest ziemlich permanent sein. Okay, unsere Conqueror holt hier den Sieg. Feindlicher Zerstörer mittlerweile beim C-Cap angekommen. So, ich würde auch fast sagen, wir machen jetzt eine Drehung. Fahren wieder ein bisschen mehr in die Mitte rein. Drehen unsere Geschütze. Ja, dass wir quasi hier so einen 160-Star-Turn machen. Ah. Echt. Da sogar rauf. Drehen wir jetzt hier die Geschütze weiter. Gegner-Team hier von den Punkten her auf jeden Fall vorne. Haben natürlich noch hier einen Zerstörer, was ein großer, großer Vorteil auf jeden Fall ist. Da hinten haben wir noch die Yamato. Rechts haben wir eine Frutusor. Der großer Kurve ist hier leider am runterfackeln. Jetzt ist es ausgelaufen, das Feuer. Ja. Wird auf jeden Fall hier eine enge Kiste. Frank war sogar mit AP hier. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ah. Geht sich in Grenzen vom Schaden her. Das Problem ist halt jetzt die Kutusor. Unserem Ballert. Wir nutzen jetzt hier eine Reparatur-Mannschaft. Wir haben halt schon viele, viele Schiffe in der Runde verloren. Terminens ist Feuer gegen die Yamato. Wäre natürlich nochmal nett. Sehr schön. Großkaliber gab es jetzt hier auch in der Runde. Leider ist halt die Conqueror kein Schiff, was wirklich sehr gut auf Sieg beeinflussen kann. Das ist halt ein großer Nachteil. Bei der Conqueror. Ein Feuer gemacht hier. Feuer Nummer 16. Das war ein guter Treffer von der Conqueror. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Geht aber jetzt raus. Und wir gehen jetzt auch in die Tarnung. Hat aber leider noch seine Seife rausbekommen. Sind auf 3000 Leben hier runter. Und sind wieder aufgeklärt. Das ist natürlich nicht gut. Wir könnten natürlich noch wieder einiges unserer Trefferpunkte wiederherstellen. Aber erst in einer Minute halt. 200.000 Schaden jetzt hier auch problemlos geknackt. Ist nicht die beste Runde. Definitiv nicht. Unterstützer gab es jetzt hier aber noch. Von 30 Sekunden nach. Keine Chance, dass wir diese 30 Sekunden überleben. Sehe ich einfach nicht. Sehe ich einfach nicht. Ah, vorbei. Bin jetzt zugegangen. Müssen natürlich jetzt hier rückwärts fahren. Von der Kutusau weg. Ich sag mal, diese Reparataturmannschaft würde nochmal gut was an Schaden wiederherstellen. Denn feindliche Kutusau kriegt natürlich jetzt hier auch den Vernichter. Also ihr seht schon, Conqueror hier auf jeden Fall schon relativ anfällig. Deswegen spielt man das Schiff auch eher auf höherer Entfernungen. Aber hat natürlich sehr sehr großes Potenzial. Gerade was die HE angeht. Es ist halt ein bisschen blöd, dass die Asuma hier nicht aufgeklärt ist. So ein Sharp Pfeil. Hätte eigentlich die Möglichkeit, den Zerstörer zu jagen. Problemlos. Wir werfen jetzt hier die Kutusau. Asuma versteckt sich dort natürlich. Ah, ich dachte, er bremst drunter. Okay, da kommt die Asuma. Der Kutusau ist raus. Das ist sehr gut. Leider jetzt noch die Geschütze drehen. Das Problem ist halt der feindliche Zerstörer. Wir sind halt von den Punkten massiv hinten. Und da muss unser Radarkreuzer schon diesen irgendwie aufklären. Damit wir das Recht irgendwie noch gewinnen. Turmdrehgeschwindigkeit natürlich sehr sehr langsam. Ja, habe ich ja schon angekündigt. Aber wir bleiben mal bei HL. Drät. Doppelfeuer gemacht. Geht jetzt aber sogar zu der Kollege. 217.000 Schaden mittlerweile. Was ganz in Ordnung ist. Sonst jetzt hier auch. Temperaturmannschaft. Problem ist halt, wir werden leider das Gefecht wahrscheinlich verlieren, wenn unser Radarkreuzer den Zerstörer nicht findet. Nochmal Doppelbrand Richtung Asuma. Das sollte schon fast genügend sein. Das ist natürlich eine bittere Niederlage hier in der Runde. Aber da sieht man halt auch schön. AE-Spermer haben meistens nicht den größten Impact auf Sieg oder Niederlage. Machen natürlich gut Schaden, aber in der Regel nicht den wichtigen Schaden. So, wir sind immer noch aufgeklärt. Ich denke mal, der Zerstörer ist hier irgendwo. Haben natürlich noch Chancen zu gewinnen, wenn wir den Zerstörer hier mithilfe des Radars rausnehmen. Dort haben wir ihn. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Und? Nein! Yes! Shapai aufholt ihn. Nice! Wow! Und dass wir das Gefecht hier noch gewonnen haben. Holy Moly! Was für ein Finish, Leute! Wow! Wirklich hier auf dem letzten Drücker das Gefecht gewonnen. 234.000 Schaden gemacht in der Runde mit 94 Zieltreffern. Zweimal das Cap verteidigt. Drei Ausfälle, drei Schiffe zerstört, 22 Brände gemacht. Anichter, Dreadnought, Unterstützer, erstes Blut und Großkaliber gab es hier. Und hier auch im Teamergebnis auf den ersten Platz gelandet. Mit fast 3000 Basis-EP. Ja, Respekt auf jeden Fall hier. Shapai aufholt genau am Ende, im richtigen Moment noch das Radar eingesetzt. Und dadurch auch den Kill noch gemacht gegen den feindlichen Zerstörer. Ansonsten, da war der gegnerische Zerstörer sehr, sehr, ja, mutig oder unvorsichtig. Weil wir hätten das Gefecht nicht aus eigener Kraft mehr gewinnen können. Wäre einfach die Akatsuki Richtung Kartenrand gefahren. Oder zumindest außerhalb der 12 Kilometer oder 11,7 Kilometer Radarreichweite von unseren Radar. Dann hätten wir das Gefecht hier verloren. Und sein Team hätte das Gefecht einfach durch das Cap gewonnen. Schlauer gespielt, besser die Objectives bekämpft. Und wäre auch eine verdiente Niederlage gewesen. Zum Glück hat unsere Shapai-Helfer noch ein Radar-Ready gehabt. Und der feindliche Zerstörer war ein bisschen gierig gewesen. Wollte uns hier unbedingt noch haben. Und wir konnten das Gefecht gewinnen. 83.000 Kreditpunkte haben wir hier Profit gemacht in der Runde. Und es gab noch einiges an Erfahrung. Das war auf jeden Fall hier eine nette Runde mit der Conqueror. Der HE-Spucker hier auf jeden Fall. Sehr, sehr lästig gegen die Conqueror zu spielen. Auf jeden Fall sehr, sehr lästig. Kann ich nur immer sagen. Und ja, macht natürlich schon Spaß selber zu spielen. Einfach die harten HE-Kellen, die man austeilt. Das ist natürlich schon brutal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo über Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.